Herzlich Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Dschäpitz. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 290, liebe Defner, und erstmals gibt es Dutz an einem Montag. Erstmals? Tatsächlich? Ja, wir hatten schon mal Mittwoch einmal, das war wegen der Deutschen Bahn. Und jetzt haben wir einmal Montag wegen des Feiertags, des Tags der Deutschen Einheit. Da haben wir schon mal unser Thema für heute. Da wird nämlich über zu diskutieren sein. Wenn Ossi und Wessi vor dem Tag der Deutschen Einheit zusammen, da müssen wir natürlich über die Deutsche Einheit reden, über den Stand. Und ihr müsst erleben, ob wir überhaupt den Tag dann erleben, weil wir dann vielleicht übereinander herfallen. Ost-West, du weißt ja, Wessi mit Bierflasche erschlagen. Ich erinnere mich noch an diese Schlagzeile, die gab es damals. Es gab eine Konkurrenz zur Bild-Zeitung irgendwann mal. Die Super-Elo? Nee, die hieß Super-Zeitung. Die kam auch von Burda, genau. Und da stand dann drin, Wessi mit Bierflasche erschlagen, ganz Bernau freut sich oder irgendwie sowas. Und du dachtest, hä? So weit waren wir schon mal. Und wir kommen wieder dahin, wenn es so weit geht. Ja, Bernau macht ja auch immer wieder gerne Schlagzeilen. Genau. Gut. Haben wir das auch? Er war los in Bernau. Ja, und es fühlt sich nicht wie ein Dienstag an, weil wir haben ja gerade mal Klotz-Cast gehabt. Weil es ist ja auch schon, das ist ja gerade mal zwei Tage her. Vor allem ist es ja auch kein Dienstag, ist ja ein Montag, ne? Ja, genau. Übrigens, es war der beste... Alle anderen machen Brückentag. Es war der beste Klotz-Cast. Das muss man nochmal sagen. Also wer es noch nicht gesehen hat, wir haben über die Inflation diskutiert und darüber, was im Oktober passiert wird, so ein bisschen. Und ich fand es war, oder die Frau fand, dass wir endlich mal diesen Dudes-Charme so ein bisschen ins TV rübergebracht haben. Wir werden lockerer, ja, auch im TV, ja. Und sonst dieses neue komprimierte Format muss wir uns ja auch erst dran gewöhnen. Und jetzt versuchen wir das, ja, wird von Mal zu Mal besser. Ja, also dranbleiben, weiter reingucken. Freitag 17.45 Uhr live ist uns am liebsten. Aber wie gesagt, gibt es ja bei welt.de und bei YouTube auf dem Kanal von Weltfernsehen auch nachzusehen. Gibt es auch bei Instagram, habe ich gesehen. Es gibt auch einen Instagram-Kanal. Das ganze Video ist da reingestellt. Kann man auch bei Instagram gucken. Das ist ja... Wir sind überall. Es gibt keine Ausreden auf jeden Fall, ne? Es gibt auch kein Vorbei. Aber wir haben uns noch einen anderen Vorsatz gemacht. Wir wollen heute mal ein bisschen kürzer und knackiger werden, weil wir ja merken, dass auch das kurze Knackige gut ankommt als Podcast. Du meinst das positive Spillover-Effekt aus dem Fernsehen jetzt in den Podcasts, dass wir etwas präziser werden und etwas weniger lang. Für Dienstags, aber nur etwas, ja. Also wir werden jetzt nicht hier 20 Minuten eindampfen. Wir haben uns heute mal 75 Minuten vorgenommen. Normalerweise sind es ja die 90 Minuten unserer Zielsetzung, die auch immer sehr ambitioniert ist schon. Aber heute 75 Minuten. Das ist jetzt das Versprechen zu Beginn. Genau. Und wir haben, ja, unsere Kollegin, die die Zahlen macht, hat uns nämlich mal geguckt, wie die Durchhöreraten sind. Und die meinte, es werden sehr gute Durchhöreraten. Aber ab der Minute... Ja, nach 60 geht es ein bisschen abwärts. Genau. Ja. Genau, und dann haben wir gedacht, das ist Optimum. Aber dann sind sie auch noch ganz okay. Und dann geht es aber, dann sind wir irgendwie, bei 90 sind wir bei, was war das, 55 oder 60, irgendwie sowas. Ich glaube, 55 Prozent Durchhöreraten. Was gut ist für ein Podcast, wenn es so lang ist. Also für 90 Minuten ist es super. Und wir wollen es aber noch ein bisschen optimal optimieren. Optimaler machen kann man nicht, weil optimal ist schon optimal. Ja, und an diesem Montag, wenn wir mal die Märkte angucken, das wollen wir auch nicht vergessen, dann müssen wir sagen, dass die No-Shutdown-Rallye schon wieder vorbei ist. Und ich habe ja schon die Renditen. Ich sage es dir. Meine Oma hat immer gesagt, dir wird es noch vom Hintern bullern. Und wenn du diese Renditen siehst, wie die weiter nach oben gehen. In Amerika sind wir jetzt bei fast 4,8 Prozent bei den Zehnjährigen. Das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an vor 25 Jahren. LTCM, da hatten wir auch irgendwie so ein komischer Anstieg. Und keiner konnte sich so richtig das erklären, was da los war. Und irgendwann lernten wir dann, oh, da gab es im August den Hedgefonds-Granten, Nobelpreis bewährt. Ja, von Nobelpreisträgern gemanagt. Genau, jetzt haben wir auch gerade den Nobelpreis. Wir haben ja gerade wieder verkündet. Also insofern, wir haben auch Nobelpreisträgersaison. Zufall? Zufall. Ja, Zufall. Genau. Nein, aber damals, ich meine, LTCM, das ist ja auch ein Beweis gewesen auf jeden Fall dafür, dass eben mit Rationalität und Wissenschaftlichkeit und all diesen schlauen Menschen, wo man gedacht hat, ja, wenn Nobelpreisträger diesen Fonds beraten, dann kann ja da nichts schief gehen, ja. Aber die haben sich sowas von verzockt mit großen Hebeln und… Fett-Tail-Risks, das war das Problem. Also man sieht halt, die haben die Wahrscheinlichkeit von den unwahrscheinlichen Sachen einfach unterschätzt. Und das ist dann halt ihnen um die Ohren geflogen. Und dann mussten sie alles zwangsliquidieren. Und dann kam Ende September die New Yorker Fett zusammen mit den ganzen Banken. Und dann haben sie eine Rettungsaktion zusammen gemacht. Da musste noch nicht mal staatliches Geld oder Notenbankgeld ran. Da haben die Privatbanken das Ganze geklärt. Und so wurde das Ganze damals aufgeräumt. Und auch diesmal fragt man sich natürlich, wenn die Zinsen so stark ansteigen und wenn da so hohe Verluste mittlerweile drauf sind, wer hält diese Teile und wer könnte gegebenenfalls in Probleme kommen? Tja, ich habe mich damals auf jeden Fall gefreut. Ich habe günstig eingesammelt und da so ein bisschen mein New Economy Exposure erhöht und deutlich ausgebaut. Und ich bin glaube ich damals dann sehr, sehr günstig in Urlaub geflogen nach Bali. Weil das war ja dann auch die Zeit der Währungskrise in den Schwellenländern. Das war Teil 2. 1997 war Teil 1, Asienkrise. Und 1998 haben die gleich nochmal nachgelegt. Genau. Und entweder 1997 oder 1998. Und da waren die Währungen enorm in Turbulenzen geraten. Und dann konnte ich auch dann sehr, sehr günstig Urlaub machen in der Ferne. Der Ölpreis auch. Das waren ganz viele Sachen, die damals kippten. Und das war ein ähnliches Gemisch wie heute. Irgendwie, ich weiß es nicht. Aber vielleicht sehe ich da nur was, was ich aus meiner Erfahrung sehe und dann mit Muster zusammenreime, die gar nicht so existieren. Trotzdem, ich finde es irritierend, wenn die Konjunkturzahlen so schlecht sind und trotzdem diese langlaufenden Renditen steigen. Und wir haben ja am Wochenende von Markus Koch erfahren, dass gerade diese langjährigen Renditen einen viel größeren Hebel auf die Wirtschaftsentwicklung und auf die Finanzmärkte ausüben, als wenn man kurzfristig den Leitzins anhebt. Und das alles zusammen, tja, wir wissen es nicht. Wir werden es beobachten. Und ich meine, trotzdem ist es natürlich gut, dass es erstmal eine vorläufige Einigung gab und es eben nicht den Shutdown gab. Und jetzt natürlich müssen wir wieder zittern. Es ist natürlich nicht, die Kuh ist nicht vom Eis. Und deswegen, ich glaube auch, dass diese Realität dann Einzug hält, wieder über die erste Vorfreude, dass man sagt, na gut, 45 Tage ist auch nicht wirklich lange, um hier wieder eine Lösung zu finden. Und es ist natürlich ein Armutszeugnis für die, das hat mir Moritz Grämmel heute in der Börse am Mittag gesagt, für die weltgrößte Volkswirtschaft. Armutszeugnis ist ein schönes Wort. Ja, ich meine, es ist wirklich absolut blamabel, dass sowas in der weltgrößten Volkswirtschaft immer wieder vorkommt. Und jetzt natürlich mit den weiteren innenpolitischen Tumulten, das wird ja nicht besser. Nee, der McCarthy soll jetzt wahrscheinlich, die wollen versuchen, hier zu stürzen. Aber das werden sie nicht kriegen, da haben sie nicht genug Leute, nicht genug Rückhalt für den Sturz, aber auch nicht genug Rückhalt, um es so durchzunehmen. Also es ist wirklich ein dysfunktionales System. Absolut. Und das eigentlich mit einem Mehrheitswahlrecht, wo man ja eigentlich annehmen müsste, hey, das müsste viel einfacher gehen. Irgendwie... Und dann werden wir wieder die Wahlkreise versucht zusammenzuschneiden, dann würden wir das noch gewinnen und das gewinnen. Also es ist wirklich... Das fand ich ja auch interessant, dass Markus Koch uns sagte, ihr mit eurer Ampelregierung seid ja noch gut dran. Das fand ich dann auch ganz interessant, den Blick von außen mal zu haben, wenn man das amerikanische System... Das sind wenigstens die Fronten klar, ne? Ja, aber anscheinend, die Amerikaner scheinen auch ohne Politik gut klar zu kommen, wir in Deutschland scheinen das nicht so gut hinzubekommen. Also wir sind irgendwie Staatsgläubiger und wollen immer noch irgendwie, dass da jemand hilft und noch da eine Subvention und das macht. Und Amerika ist, glaube ich, da ist die Wirtschaft stabiler und robuster und weniger, weiß ich nicht. Also habe ich zumindest den Eindruck. Naja, wie gesagt, ihr AAA-Rating haben sie verloren durch Fitch, auch wegen dieser politischen Turbulenzen im ersten Haushaltsstreit in diesem Jahr. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was... Und das ist ja ein Teil der Anleihe-Renditen ist möglicherweise auch dem geschuldet eben, dass diese gewisse Instabilität hier vorhanden ist. Und das kann durchaus damit zusammenhängen, dass eben die Renditen weiter steigen. Und die steigen ja auch in Deutschland. Wir haben noch AAA-Rating. Naja, gut, wir werden natürlich mitgezogen, aber wir sind nicht auf den Niveaus in Amerika. Natürlich hängt das mit den Leitzinsen zusammen und so weiter. Aber natürlich, wenn die Renditen in Amerika steigen, dann zieht das natürlich irgendwie den ganzen Markt hoch. Aber schwierig einzuschätzen, aber es ist nichts, was jetzt irgendwie beruhigen sollte. Zumal auch, wenn man sieht, was dafür verantwortlich ist, sind ja nicht die Inflationserwartungen, die bleiben nämlich relativ niedrig, sondern es sind die realen Renditen, die einfach ansteigen. Wenn man jetzt bei den zehnjährigen realen Renditen 2,3 Prozent, das ist das höchste Niveau, glaube ich, irgendwann seit der Finanzkrise. Und wenn gerade die realen Renditen steigen, das ist ja das, was wirklich Geld kostet nach Abzug der Inflation beziehungsweise Inflationserwartung bei zehnjährigen. Und dann sieht man halt, es wird eine neue Welt, in der sich Unternehmen, Staaten und Verbraucher stellen müssen. Und jetzt kommen auch noch die Studentenkredite, die die Leute jetzt wieder zahlen müssen, die ja gestundet waren. Autos kaufen ist auch immer teurer, weil die Renditen steigen. Das ist irgendwie eine komische Geschichte. Aber wie gesagt, die Stimmung war zuletzt auf Xtreme 4. Ist immer noch, jetzt guck mal rein, der muss ja jeden Tag gucken. Der ist ja wie so ein Falter. Ist ja so schwierig. Fear and Greed von CNN. Du guckst, sehr gut. Werbung. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Schmetterlingseffekt heißt er. Und da hört ihr von Menschen, deren Leben in direktem Zusammenhang stehen mit den großen Krisen unserer Zeit. Ihre Geschichten, die zeigen uns unser Leben, also auch dein Leben, das hängt mit allen anderen zusammen. Und auch kleine Dinge, die du veränderst, können Großes auslösen. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt. Wie Weltkrisen unser Leben verändern. Ihr findet den Podcast in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. So, wo sind wir denn gerade? 25. Also immer noch im Extreme-4-Bereich gerade so. 25 von 100 Punkten. Also bei 15 ist es neutral in der Mitte. Und jetzt sind wir gerade im Bereich der Extremangst. Und das ist dann schon ein Kontraindikator. Und von daher würde ich weiter die Wette vom Freitag aus dem Glotzkast aufrechterhalten, dass wir einen guten Oktober. Nee, letzte Woche haben wir darüber gesprochen. So viele, so viele Folgen. So viele Wetten. Ja, so viele Wetten, so viele Folgen. Nee, wir hatten aber nicht in Oktober gewettet. Wir hatten, dass es bis zum Jahresende nicht nochmal 10 Prozent runtergeht. Genau, dass es nicht runtergeht 10 Prozent. Wir hatten in September gewettet. Die Wette habe ich wenigstens mal gewonnen. Auch mal eine dieses Jahr. Also ich habe die ganzen Notenbankwetten mit meinen Zinssenkungserwartungen. Aber je länger dieser Zins so hoch bleibt, desto heftiger muss irgendwann die Notenbank gegensteuern. Und deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich meine Zinssenkungswette doch noch gewinne. Weil dann irgendwann, du hast zwei Möglichkeiten. Moment mal, die Zinssenkungswetten waren für dieses Jahr. Ja. Ja. Was ist passiert? Du glaubst, dass es in diesem Jahr noch Zinssenkungen gibt? Wenn du jetzt ein Event hast. Ja, wenn du jetzt ein Event hast. Stell dir vor. Stell dir vor. Ja. Ja, was für ein Event. Ja, das ist irgendwas geprägt. Je länger diese Zinsen so hoch bleiben. Ein Asteroid auf die Erde einschlägt. Größer ist die Wahrscheinlichkeit, keiner. Keiner hat die Zinsen bei diesem Niveau gesehen. Wenn ich heute Morgen lese, Morning Notes, UBS, ja, Long Bonds, weiterhin, das Ding ist intakt. Und ich denke mir so, immer noch. Das schreiben die mir seit Wochen. Ehrlich, da sitzen Leute und haben irgendeine falsche Wette. Und ab irgendeinem Punkt tut es wahnsinnig weh. Und wenn die 10-Jährige bei 5% ist, dann wette ich, dann werden wir sehen, wem es weh tut. Wir wissen es jetzt noch nicht. Dann wird jetzt erst mal die FED nicht mehr die Zinsen anheben. Das wird so sein. Du musst dagegen halten. Die FED hat ja zuletzt gesagt, dass sie die Zinsen eventuell noch anheben will. Das macht jetzt der Markt für sie so. Und das ist noch nichts, was jetzt, wie gesagt, ökonomisch hier einen ganz großen Schaden kurzfristig angerichtet hat. Und das wäre ja, als wenn die FED jetzt anfangen würde, noch eine Zinssenkung dieses Jahr zu machen, wäre ja eine absolute Panikaktion. Das würden sie ja nie machen, weil das würde ja noch mehr Panik schüren. Also da müsste, selbst noch nicht mal in der Bankenkrise im Frühjahr, da waren ja deine Wetten geboren hier, dass die FED, wie oft sollten sie viermal die Zinsen senken? Also noch nicht mal. Da hat sie wie blöd Geld gedrückt. Ja, da haben sie die Bank gerettet und haben andere Maßnahmen gemacht, aber sie haben nicht die Zinsen gesenkt. Und jetzt, also mal ganz ruhig. Ich meine, ich glaube, diese Trubulenzen da am Anleihmarkt werden sich auch bald einbringen. Jetzt kommen halt immer wieder ein paar, die dann nervös nochmal da aufspringen oder sich verabschieden müssen aus ihren Positionen, auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Wollen wir eine Wette machen? Welche Wette willst du denn machen? Zehnjährige, fünf Prozent. Ja gut. Ja wie, ja gut. Ey, wenn du sagst, es muss drehen, dann kannst du ja nicht nochmal, ich sag dir, da musst du nochmal 22 Basis zu hoch. Nein, ja, aber ich habe das halt zu fünf Prozent. Nee, wir haben 4,64 jetzt, die zehnjährige Amerikanische. Es werden nochmal 35 Basispunkte drauf. Es kann auch auf fünf Prozent gehen, aber deswegen wird die Notenbank trotzdem nicht die Zinsen senken, jetzt dieses Jahr mehr. Das kannst du gerne nochmal wetten, diese Wiederholung. So, fünf Prozent, was ein Markt, der verrückt ist, der spekulativ übertreibt, der kann immer nochmal einen Schippen mehr drauflegen. Das kannst du nie sehen, wo da das Ende ist, auch wenn es eine Übertreibung ist. Das wäre die schöne Wette gewesen. Ja. Aber wie gesagt, fünf Prozent, das wäre der höchste Stand dann seit 2007. Das gab es einmal ganz kurz 2007. Ja, 2007, ich meine, seitdem haben wir quasi unter der Brochenkrise seit 2000. Das war sozusagen die letzte Vorkrisenzeit. Dann haben wir irgendwie gefühlt eben 15 Jahre Krise gehabt, ja. Gut, aber gut, wenn du, ich hätte es gerne gewählt. Du hättest, das wäre bestimmt für dich eine, wenn du sagst, es renkt sich bald ein am Anleihenmarkt. Das kann sich, ja, aber selbst wenn es auf fünf Prozent hoch geht, dann kann es sich ja immer noch einringen. Okay, gut, dann wird die Wette nichts, schade. Wäre jetzt eine hübsche Wette gewesen. So, Neuigkeiten aus dem Tech-Schrott-Imperium. Ja, gibt es. Tesla hat gerade Absatzzahlen gemeldet, 435.000 im dritten Quartal und Produktion von 430.000 sehe ich hier gerade, kriege ich als Eil. Flash, dann BYD. Also, just, wie waren denn die Erwartungen? 461.000 war die Erwartung. Das ist natürlich dann deutlich darunter. Also eine Enttäuschung. So, BYD hat einen neuen Verkaufsreport von 287.000 Fahrzeugen gemeldet. 43 Prozent mehr als im September des Vorjahres. Und Cinko Solar hat letzte Woche, kurz nach unserer Podcast-Aufzeichnung, eine wirkliche positive Überraschung gemeldet, dass sie nämlich 1,50 Dollar pro Aktie Dividende zahlen wollen. Das kam sehr, sehr gut an. Als Begründung nannte der Chef eine starke finanzielle und operative Performance seines Unternehmens. Und das hat offenbar, dann ging es doch ungefähr um 10 Prozent nach oben in den nächsten Tagen für Cinko Solar. Kam gut an am Markt. Und Chumia, hat mir der Kollege Zschäpitz heute Morgen schon als Mail geschickt, wird in Afrika. Hier meine, ja, Internetbude aus Afrika. Ich guckte dann mal auf die Kurs und dachte mir, da sind die jetzt schon angekommen. Die sind fast wieder auf Alza-Tief. Sind fast wieder bei dem Corona-Tiefstand gewesen. und haben jetzt gemeldet, dass sie mit Elon Musks Starlink Vertriebspartner quasi werden und Starlink-Satelliten-Terminals in Amerika, in Afrika verkaufen. Am Beginn unter anderem in Nigeria, ihrem größten Markt. Und ja, das kann ja durch. Und dann in Kenia. Ja, finde ich schon eine spannende Sache, weil ich meine, wo kann man... Die Aktie ist auch richtig dick im Plus. 2,81 zu 2,83 gestellt gerade. Und am Freitag hat sie zu 2,64 geschlossen. Da hatte sie auch schon... Da hatte sie auch schon 8% zugelegt. Also kommt jetzt von wirklich sehr, sehr niedrigem Niveau. So, ein paar Kurzflashes. Gut, jetzt haben wir das Technoschrott. Genau, neu ist aus dem Technoschrott-Imperion. Kannst du auch einen Jingle vielleicht machen. Wir sollten übrigens noch darauf hinweisen, dass wir eine Umfrage machen. Bei Spotify. Hast du das hier schon angekündigt? Nein, habe ich nicht. Du bist ja der Podcastbeauftragte. Ich bin der Podcastbeauftragte, genau. Also es gibt alle Menschen, die bei Spotify unseren Podcast hören. Da gibt es ja so ein Umfragetool neuerdings drin. Und dann wird eine Frage gestellt von unserer lieben Podcastkollegin. Und zwar, was wollte sie fragen? Ob die Leute... Ich weiß nicht mehr. Das war auf jeden Fall eine kluge Frage. Nein, zu unseren Folgen, was die Lieblingsfolge ist. Ob sie lieber Dienstag oder lieber Samstag hören? Lieber knapper, lieber lecker oder... Oder lieber alle drei. Lieber beide und dabei, so wie Andrea Jüngs. Und dabei liebe ich euch beide Dienstag und Samstag ebenso. Der eine mal ein bisschen länger und der andere kurz und knapp. Du musst am Mikrofon bleiben, wenn du so schön singst. Ah nein, du musst ein bisschen weiter gehen, weil jetzt haut es ja die Regeln heraus. So, das ist jetzt... Gildo Horn hat aber, glaube ich, auch eine Devotion davon gemacht. Richtig? Da können sich wirklich nur noch die Älteren erinnern. Aber aha, okay. Andrea Jüngs hier. Hallo, Knaller. Echt? Okay. Knaller, deutsche Schlager. Also, ihr sollt einfach sagen, was ihr... Ein Herz für Kinder. Was ihr am... Wir versauen uns schon wieder hier die 75 Minuten. Das stimmt. Und vor allem nicht. Mal mehr Disziplin hier. So neuesten aus dem Technischrott, das haben wir. Wir haben über die Märkte geredet, wir haben über die Umfrage geredet und wir kommen jetzt zu Bulle und Bär. Oder? Ja, und wie müssen wir noch sagen, was wir machen? Wir schreien über die deutsche Einheit, ja? Wir sprechen über die deutsche Einheit. Das haben wir schon am Anfang gesagt. Haben wir schon gesagt. Ja, genau. Und wir haben Bulle und Bär. Ja. Ja, dann sofort rein. Ja, du musst ja, du willst ja heute, du willst ja mich ja anzählen heute bei der deutschen Einheit. Deswegen musst du anfangen. Fange ich mit meinem Bär der Woche an. Würde ich denken. Ja. Direkt an Elon Musk, ja. Für seine... Ja, der hat ja auch schlecht geliefert hier mit den Autos. Genau, hat er mit den Autos schlecht geliefert. Und dann gibt es gleich nochmal einen Bären von Defner. Wenn es mal schlecht läuft, wenn es scheiße regnet, dann, weißt du, dann gibt es einen Bären vom Defner hinterher. Und zwar für seine politische Umtriebigkeit, für seinen permanenten Rechtspopulismus. Und der meiner Meinung nach einfach vor allem Tesla schadet. Du siehst ja schon die Aussicht. Du siehst ja schon. Hallo? Hallo? Ja. Also neueste Meldung von heute. Er bettelt sich jetzt gerade mit Zelensky bei X, formerly known as Twitter. Sagen wir X oder X? Ich finde X immer. Im Deutschen sagt man X, oder? X. Ich finde X. X. Lassen wir uns kennen. Okay. Wie, der bettelt sich mit... Echt? Ja, ja. Mit Zelensky. Er hat ein Meme gepostet von einem angespannt aussehenden Zelensky mit der Bemerkung, dass dieser so aussehe, wenn er fünf Minuten lang keine Neu-Milliarden-Hilfe gefordert habe. Und dann hat das ukrainische Parlament dagegen gepostet gleich auf der offiziellen Seite ein Bild von Musk und schrieb, wenn du nach fünf Minuten noch keine russische Propaganda verbreitet hast. Also das ist wirklich peinlich, ja. Also ich meine, und wir wissen, Musk spielt ja da auch wirklich eine aktive Rolle, ja. Deswegen mit Starlink hat er ja quasi der Ukraine quasi die Satellitenkommunikation zur Verfügung gestellt. Aber nur bis zu bestimmten Grenzen halt. Genau, nur bis zu bestimmten Grenzen und hat immer wieder gedroht, diese Nutzung einzuschränken, ja. Also das ist schon so wirklich problematisch. Und dann hat er zuletzt ja eben immer wieder sich zu eben politischen Themen geäußert, migrationskritische Äußerungen über die amerikanische Südgrenze gemacht und dann hier in Deutschland vor allem einen Aufschlag gemacht und sich zur Seenotrettung im Mittelmeer geäußert. Und er hat vor allem einen Beitrag geteilt bei Twitter, bei X, einen Videoclip eines Nutzers namens Radio Genoa. Und der User behauptet in dem Video, dass derzeit acht Schiffe deutscher Nichtregierungsorganisationen, die von der Bundesregierung subventioniert wurden, im Mittelmeer unterwegs sind, um illegale Einwanderer einzusammeln und in Italien abzusetzen. Und der endet mit den Worten, hoffen wir, dass die AfD die Wahl gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Und dieses Video hat Musk eben weiter verbreitet bei Twitter und natürlich dafür ordentlich Schelte auch eingesteckt, vor allem hierzulande von den Grünen. Und zum Beispiel sagt der Co-Vorsitzende der Grünen-Nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Jan Philipp Albrecht, warf ihm vor, einen Pro-AfD-Wahlkampf gestartet zu haben. Und ja, ich finde es einfach wirklich, diese permanenten Äußerungen, wir haben ja schon oft über Elon Musk geredet und du hast ja von Anfang an gesagt, der ist ein Irrer und kann man ja auch in seiner Biografie schön nach, ich lese ja zurzeit schön komplett von vorne bis hinten durch. Und auch da wird er ja schon des Öfteren von Weggefährten als Arschloch bezeichnet, auch von seiner Ex-Frau. Also es wird da wirklich offen geschrieben und dass er irgendwie halt natürlich ein Autist mit Asperger-Syndrom ist und der irgendwie von Empathie überhaupt keine Ahnung hat. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass er mit solchen politischen Äußerungen vor allem im rechten Lager, finde ich, halt wirklich seiner Marke extrem schadet. Weil ich meine, Tesla ist nun mal ein Auto, das dann eher von Grünen und vielleicht eher der linkeren Hälfte der Bevölkerung gefahren wird. Weil es eben, ich meine, das rechte Lager leugnet ja auch den Klimawandel. Vielleicht kommt er demnächst auch noch mit Klimaleugner-Tweets daher. Man weiß es nicht. Das hoffe ich mal nicht. Der hat ja extra Tesla auch gegründet. Deswegen hat er ja eigentlich Tesla gegründet, ja. Er hat ja Tesla gegründet eben auch als Mission, das wird ja in dem Buch auch sehr schön, um E-Autos voranzubringen. Und da hat er ja wirklich dieser wahnsinnige Einsatz, den er geliefert hat. Und ich finde halt, er zerschießt sich da ein Teil seines. Also ich glaube nicht, dass er so weit, aber ich finde halt, er ist einfach unreflektiert. Er kann ja irgendwie alles politisch denken, aber er muss es nicht rausposauen. Und komplett unreflektiert. Und wie gesagt, schadet Tesla, weil dem Klientel einfach dann viele sagen, nee, mir kommt kein Tesla ins Haus, weil ich will diesen Typen wirklich nicht unterstützen. Und das schadet der Marke. Und er kann sich ja dann freuen, wenn er dann demnächst die AfD. Das sind die Leute, die Verbrenner hochhalten und die E-Autos schon immer anzählen und immer wieder anzählen. Und gerade auch, wenn wir noch ein bisschen, kann man ja ein bisschen googeln, was die AfD so über E-Autos, AfD im Sächsischen Landtag hat Elektroautos als ein Irrweg bezeichnet und so weiter und so fort. Da gibt es immer wieder Affronts und auch in Amerika. Ich meine, Trump war jetzt gerade in Detroit, wo ja die Autoarbeiter streiken wollen für massive Lohnerhöhungen. Und da gibt es ein großes Schaulaufen der Präsidentschaftsbewerber sozusagen. Bayern war ja auch schon da. Und Trump war vor Ort und hat die Verkehrswende einen Anschlag auf die Industrie genannt und sagt, die Autoindustrie wird ermordet und die staatliche Elektroautoförderung sei ein Anschlag auf die ganze Branche und die Umstellung auf Elektrofahrzeuge macht die Arbeiter in der Branche seiner Meinung nach überflüssig. Also, das sind Trumps Freunde und vielleicht sollte er sich mal überlegen, welches Lager er unterstützen will oder einfach die Schnauze halten. Schnauze halten. Schnauze halten, das wäre das Beste. Best of all, you say nothing at all. Das ist die Devise von Gandalf dem Weißen aus dem Herr der Ringe. Und wie gesagt, das ist einfach nicht förderlich. Zumal er hat aber zu viel Macht an Ballung. Also, wenn du halt A, das Netzwerk besitzt, wenn du B, noch dieses Satellitending besitzt, dann hast du ja wirklich wahnsinnig viel Macht. Ich will überhaupt nicht über Twitter reden, weil ich habe es jetzt aus der Sicht einfach nur des Tesla-Aktions. Da gibt es vielerlei Aspekte, wo man das verurteilen kann oder anderer Meinung sein kann. Ich habe es jetzt einfach nur mal aus Sicht des Tesla-Aktionärs gesehen. Und ich meine, ich werde jetzt meine Tesla-Aktions deswegen verkaufen. Aber ich glaube wirklich, dass sich jemand schwer damit tut, sich ein Tesla-Auto zu kaufen. Wenn jemand AfD-Wahlwerbung weiterleitet, dann sozusagen habe ich keinen Bock, dessen Auto zu fahren. So, Punkt. Weil das ist ja so ganz offensichtlich, dass du dessen Auto fährst. Und ich habe von Leuten gehört, hallo, kann man sich nicht kaufen. Und das ist dann einfach direkt geschäftsschädigen. Ja. Muss man so sehen. Einfach Fresse halten. Genau. Gut. Da sind wir uns einig. Weil, ja, auch diese Bilder, wo er da steht an der US-Grenze und dann darüber verhöhnt und so. Was? Gibt denn so ein neues Unternehmen gründen, wenn dem langweilig ist? Ja, aber doch nicht so. Also gegen Schwächere auch noch. Also das ist... Äh? Nee. Also das finde ich, das ist nicht besonders geschmackvoll. So, dann komme ich zu meinem Bär der Woche. Das ist, da kommen wir auch ähnliches Thema. Und zwar Migrationspolitik ist mein Bär der Woche. Und jetzt will ich nicht sagen, dass wir hier große Zäune bauen sollen oder dass wir hier irgendwas anderes machen sollen, sondern Migrationspolitik insofern, dass wir es halt nicht schaffen, die Menschen, die zu uns kommen, unkompliziert in den Arbeitsmarkt reinzubringen. Vielleicht erst mal noch, warum ich glaube, dass wir Migration unbedingt brauchen. Das können wir ja sehen, wenn wir einfach die Demografie uns anschauen. Da gibt es ja auch jetzt in den letzten, bei den Forschungsinstituten, die haben ja mal gezeigt, die Zahl der, ich sage es jetzt mal, biodeutschen Arbeitnehmer, die schrumpft ja schon 2023. Und deswegen, wenn wir einfach den Fachkräftemangel in irgendeiner Form bewältigen wollen, brauchen wir einfach Einwanderung. Wir können jetzt auch nicht sagen, wir alle willkommen, alle hier. Dann kriegt man die Falschen. Also das geht natürlich auch nicht. Aber zumindest brauchen wir das. So, Punkt eins. Und wenn wir dann aber auch Menschen haben, die zu uns kommen, wie beispielsweise aus der Ukraine, dann schaffen wir es wirklich nicht, die bei uns zu integrieren. Das ist ja wirklich, das sollte ja nun, ich meine, ich verstehe, wenn jemand vielleicht nicht lesen und schreiben kann oder einen anderen kulturellen Hintergrund hat, dass es schwieriger ist, den zu integrieren, verstehe ich noch ein bisschen. Aber was ich nicht verstehe, die Ukrainer, die in der Regel sehr gut gebildet haben, ähnlich ticken wie wir und die auch, glaube ich, einen Job machen würden. Ich kenne jemanden beispielsweise, der war Erzieherin und die hat es nicht geschafft, dass diese Erzieherin hier anerkannt wurde, sondern da hieß es, nee, erst mal hier, erst mal da. Dafür ging ein halbes Jahr und es passierte nichts. Und dann gibt es Zahlen dazu, die auch nochmal zeigen, wie schlecht wir beispielsweise die aus der Ukraine Geflüchteten hier in den Arbeitsmarkt integriert haben. 18 Prozent derjenigen, die hierher gekommen sind, haben wir in den Arbeitsmarkt gebracht. Also 1,1 Millionen ukrainische Flüchtlinge sind in Deutschland gelandet und 18 Prozent haben wir integriert. Wenn man in andere Länder guckt, beispielsweise Dänemark, 74, gut, liegt jetzt daran, dass die Dänen natürlich, die haben eine andere Einwanderungspolitik. Ob man die jetzt haben will, weiß ich nicht, aber die sind da etwas rigider. Aber wenn ich einfach mal sage, okay, wir nehmen mal Länder wie Polen oder Tschechien, wo auch ganz viele aufgenommen worden sind und die auch eine relativ große Willkommenskultur gegenüber Ukrainern gezeigt haben, so wie wir das gemacht haben, die haben es geschafft, 66 Prozent der Geflüchteten haben die im Arbeitsmarkt. Wir können gucken, beispielsweise Niederlande, Irland, die haben immerhin noch über 50 Prozent. Und wir mit 18. Und das einzige Land, was es noch schlechter gemacht hat, Österreich. Wundert mich jetzt nicht unbedingt. Die haben eine ganz eigene Idee von Migration. Aber alle anderen schaffen es irgendwie besser hinzubekommen. Es gab auch heute vom Städtetag beispielsweise, der hat für sofortige Arbeitserlaubnisse für alle Asylbewerber sich ausgesprochen. Und alle, und die meinten, Geflüchtete, die den Kommunen zugewiesen werden sollten, sofort arbeiten dürfen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Weil ich meine, abschieben können wir sie ja auch nicht. Ich meine, man denkt ja immer, man denkt immer, gebe ich ihnen eine Arbeitserlaubnis, dann kann ich ihn nicht mehr abschieben. Aber sind sie da, kann ich sie auch nicht abschieben. Also ehrlich? Nee, dann doch lieber Arbeitserlaubnis und gucken. Und klar kann ich nicht jeden aufnehmen. Und klar muss ich gucken, dass das irgendwie begrenzt werden kann, dass man irgendwie den Zuzug irgendwie so macht, dass man irgendwie nicht die Idee hat, dass da ein Kontrollverlust stattfindet. Aber jetzt einfach zu sagen, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen finde ich, muss Migrationspolitik sich ändern. Glücklicherweise hat die Politik jetzt auch ein bisschen das verstanden. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn du auf eine Ausländerbehörde gehst und dich da oder von einem zum anderen gemacht hast, es gibt ja immer noch nicht, es gibt ja immer noch nicht die Sache, dass du dich digital anmelden kannst. Und wenn du dich bei der einen dein Zeugnis angegeben hast und dann nochmal zur anderen Behörde gehst, musst du es nochmal machen. Es gibt nicht, es ist einfach wirklich ein absoluter Pain und das muss wirklich schneller gehen. Und vielleicht macht man es dann wirklich so, dass man einfach für die Integration einfach eine digitale Behörde neben die anderen Behörden stellt, einfach dann vielleicht einen Container hinstellt, wo man vielleicht, dass man es irgendwie nochmal neben eine Parallelbehörde macht, um das irgendwie hinzukriegen. Weil mit dem bestehenden System scheint man es nicht hinzubekommen. Und deswegen finde ich, ist das mein, wäre der Woche die Migrationspolitik, dass man das nicht hinbekommt. Es ist halt immer wieder krass, wie es immer wieder auch auf die Digitalisierung zurückfällt. Ich meine, Migrationsthemen sind seit 2015 ein Thema und überlastete Behörden und so weiter, dass man es nicht geschafft hat irgendwie. Und auch die Union, die sie jetzt hier hinstellt und große Töne macht und 16 Jahre regiert hat. Und wir schaffen das. Konnte man sagen, kann man ja mal positiv rangehen und sagen, als Motivation. Aber da muss man ja auch liefern. Und das ist natürlich ein Teil der Enttäuschung, dass es so lange eben keine Lösungen, keine vernünftigen Lösungen gibt und jetzt wieder eine totale Überforderung da ist. Und ich meine, wie bei Corona immer wieder dieses Problem der Digitalisierung. Man kann es einfach nicht hören. Wahrscheinlich faxen die da in den Ausländerbehörden auch hin und her. Wahrscheinlich. Ich kann es ja verstehen, wenn ich jetzt einen Herzchirurg, dass der jetzt irgendwie die Qualifikation noch ein bisschen besser beweisen muss. Aber für eine Erzieherin. Also gerade, wenn du ja viele ukrainische Kinder im Kindergartenhaus hast. Ja gut, wäre schon schön, wenn die Deutsch lernen würden. Ja natürlich, aber es wäre ja auch eine Hilfe und Ergänzung. Natürlich sollen die jetzt keinen ukrainischen Kindergarten da aufmachen. Aber als Ergänzung. Es wird ja beiderseits integriert und so weiter. Und ich meine, bevor du jemanden beim BND einstellst, wirst du vielleicht auch nochmal gucken, ob der passt. Aber für wirklich Jobs, die wirklich Händlerinnen gebraucht werden. Und das ist jetzt auch was von den Grünen kommt mit, dass die sagen, wir müssen früher den Leuten einfach eine Arbeitserlaubnis, weil immer diese irgendwie, wie hat der Nouripour gesagt, irgendwie so nach dem Motto, dieses Wunschspiel, das wir in Deutschland haben, dass sich hier einer bewirbt, ein IT-Experte, der dann irgendwie Rieke auswendig kann und so weiter. Oder irgendein anderer Dichter, ich weiß nicht, wie man das genannt wird. Also wir sind da einfach ein bisschen auch mit unseren Realitätswürde, wir denken immer, die müssen dann perfekt Deutsch sprechen, perfekte unsere Zulassungen haben und so weiter. Nein, wir müssen schon auch mit den Leuten arbeiten, die hier sind. Ja, das finde ich schon auch. Und dass man dann sagt, okay, auch wenn die noch nicht bis zum Ende durch sind. Aber ich meine, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dann der große Pull-Effekt ist jetzt, weil ich meine, wenn die dann hier integriert werden, ja. Aber schwierig, sehr schwieriges Thema. Das muss besser werden. Also wenn wir das irgendwie unter Kontrollen, also wenn wir irgendwie was da von Nutzen schlagen wollen, wenn wir es schaffen, dann geht es gar nicht anders, glaube ich. Und wenn wir es dann nicht mehr bei den Ukrainern schaffen, wo es wirklich jetzt relativ begrenzt kompliziert ist, da frage ich mich, wie wir es jemals bei Menschen schaffen wollen, die aus einem ganz anderen Kulturraum kommen, die vielleicht, wo du noch lesen und schreiben, noch nicht so ausgeprägt sind. Also da brauchst du ja, ja, gut. Haben wir, kommen wir zu deinem Bullen, oder? Kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Da sind wir jetzt mal ein bisschen auf dem Weg in Richtung Einheitsthema. Es gibt ja eben nicht so viele ostdeutsche, ostdeutsche Aktien notierte Firmen. Und auch mal wieder eine meiner Lieblingsfirmen, nicht Lieblingsfirmen, sondern ich meine, in guter Erinnerung an gute Tage. Ein gutes Geld, das ich mit denen verdient habe. Intershop Communications. Nicht zu wechseln mit Intershop Holding, die gibt es auch in der Schweiz. Intershop Communications, die fristen mittlerweile wirklich ein Schatten da sein. Also es ist jetzt auch nur ein Hoffnungsbullet der Woche. Ich sage es mal so, weil die sind wirklich zuletzt noch mal richtig abgeschmiert. Ich hatte die auch, ich glaube sogar im Sommer noch, war es gar nicht bei unserer Depotaufstellung erwähnt. Irgendwann habe ich sie dann ausgehauen, weil es einfach auch, wie gesagt, musste auch wieder mal da die Reißleine ziehen. Und sind aber mittlerweile wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau angelangt. 1,50 kostet sie. Genau, 1,50. Die waren heute genau rund bei 1,50. Gerade 1,49, 50. Year to date 42 Prozent noch mal verloren. Und immerhin 2021, da waren sie noch bei knapp 6,40 Euro. So was. Und in den letzten 52 Wochen waren sie bei immerhin 3,33 Euro. Jetzt haben sie gerade noch eine Market Cap von 22 Millionen Euro. Und das ist schon sehr, sehr wenig, wenn man sich Schätzungen ansieht. Und sie ist dann immerhin vorhergesagt, dass sie nächstes Jahr 2024 einen Umsatz von 42 Millionen haben würden. Also doppelt so viel wie ihre aktuelle Marktkapitalisierung und ein EBDA von 5 Millionen. Also dann werden sie ungefähr mit dem Faktor 4 zum EBDA, also mit einem KGV von 4 zum EBDA bewertet für nächstes Jahr. Und wenn sie das liefern würden, dann wäre das natürlich eine sehr, sehr günstige Bewertung. Ich habe bei Börsen geflüstert. Das ist ein jemaliger Kollege von Börse Online, Gedeon Querser Krause Kruse oder so ähnlich. Und der hat mit denen gesprochen nach den Halbjahreszahlen und er covert halt auch so kleine Werte. Sie werden ja kaum noch von Analysten gecovert. Und da gibt es dann natürlich so ein paar, also wer sich für Nebenwerte interessiert, kann sich Börsengeflüster.de angucken. Da gucke ich ab und zu mal rein. Werden eben so kleine deutsche Werte gecovert. Und er spricht mit denen auch und macht eigene Schätzungen und so weiter. Das ist durchaus eine interessante Seite. Gereon Kruse, glaube ich, heißt der. Ich habe jetzt den Namen hier nicht drin. Und hat mit dem Chef da auch gesprochen. Und für dieses Jahr hatten sie die Prognosen reduziert, weil sie machen ja quasi Software für Online-Handel und haben zwei Kunden verloren dieses Jahr. Und wir wissen ja, wie der Online-Handel zusammengebrochen ist und wie sehr die Online-Handelsaktien leiden, Zalando und Co. Und dass das natürlich ein schwieriges Umfeld ist und natürlich auch sicherlich ein paar Ops gehen und so weiter. Eine kanadische Möbel-Plattform haben sie als Kunde verloren und ein von einer Bank lancierter Marktplatz. Aber sie sind ja, das zeigt ja mal dieses Kundenportfolio, dass sie da auch doch breit aufgestellt sind. Und ich meine, auch im Online-Handel muss es irgendwann mal wieder aufwärts gehen. Und davon könnte natürlich dann Intershop auch profitieren. Wir haben heute immerhin, gab es vom Handelsverband eine Umfrage, die so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht. Für welches Segment denn? Lebensmittel? Für den Handel insgesamt. Oder für Klamotten? Also beim Geschäfts-, beim GfK. Konsumklima war das letzte Woche noch nicht zu lesen. Das hat ja einen ganz anderen Trend vorher gesagt. Der Handelsverband sieht jetzt so ein bisschen mehr, dass die Leute wieder vom Sparen zum Konsumieren übergehen. Sagen aber dieses Jahr wird sich das noch nicht richtig bemerkt. Nächstes Jahr mit der Europameister. Wir werden Europameister und dann kaufen die Leute. Das ist der Case. Wir bräuchten mal wieder so ein Sommermärchen. Julian Nagelsmann schafft es, dass die Zalando-Aktie und dazu die Intershop-Aktie explodieren. Weil Menschen wie doof kaufen, weil sie so im Rausch sind wie im Sommermärchen. Wir haben es. Das waren die beiden auch so, als die Europameister geworden sind. Das war das Sommermärchen. Da sind wir zwar nicht Weltmeister geworden, aber es war der entscheidende Schritt damals raus aus der Depression. Wie die Sportfreunde stiller sagen. Raus aus der Depression. Ja. Vielleicht diesmal auch wieder. Julian, mach das für uns. Wenn die Erwartungshaltung niedrig ist, kann man immer wieder positiv überraschen. Der Druck ist jetzt weg. Na ja, es muss ja jetzt gegen die USA gewinnen. Ich glaube, der Julian muss erstmal das erste Spiel liefern, bevor wir jetzt hier die Hoffnung auf die Europameister schaffen. So wenig Druck ist nicht da. Okay, das ist richtig. Der Druck bleibt hoch. Und na ja, auf jeden Fall ist der CEO da im Gespräch mit Börsengeflüster durchaus auch positiv und sagt, wir haben schwierige Jahre hinter uns in den letzten Jahren und wollen jetzt aber bis Ende des Jahres wollen wir auf 33 Prozent bei der Marge kommen, sagt er schon mal. Und wo ist jetzt diese positive Äußerung gewesen? Wir wollen die Wände hinkriegen, würde ich mal sagen. Wir wollen die Wände hinkriegen. Und die wollen ja verhinkriegen, werden sie erstmals wieder ein positives E-Bit. Die letzten zwei Jahre haben sie ja ein negatives E-Bit gehabt und das wäre jetzt wieder ein positives. Sieben Cent die Aktie wird hier erwartet, sehe ich gerade. Und für 2025 sogar 15 Cent pro Aktie. So, Markus Kahn sagt tatsächlich, wir stehen vor einer grandiosen Zukunft. Das ist ja wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Also, kann man sich mal anschauen. Und natürlich, sie müssen profitables Wachstum hinbekommen. Aber wenn sie das schaffen, wenn sie diese Wände schaffen, dann dürfte da auch im Kurs dann Potenzial sein. Das ist jetzt, wie gesagt, ein sehr kleiner Wert, niedrig bewertet. Ich bin aktuell da nicht engagiert und habe mich aber wieder auf der Watchliste. Und haben sogar Cash auf der Bilanz. Genau, und sind quasi nicht verschuldet und haben unter dem Cash da. Ja, haben Cash. 5 Millionen sehe ich hier. Net Debt. Minus 5 Millionen. Und das heißt, 5 Millionen haben sie auf der Cash. Tja, das geht nochmal von den 22 Millionen weg. Ja, gut. Stimmt. Dann hast du sogar noch einen Enterprise Value von 17. Ja. Fast geschenkt. Ist noch nicht ein negativer Enterprise Value. Dann müsste das Cash noch höher sein. Aber immerhin. Aus Jena auf jeden Fall. Ja, und es gibt auch Analysten, die es coveren. Nämlich von Pareto Securities habe ich nämlich hier Knut Hinkel. Und Knut Hinkel sagt, kaufen. Und das Kursziel ist 2,50 Euro. Und das ist allerdings gekauftes Research. Weil solche kleinen Werte werden nicht von sich aus gecovert, sondern werden von Firmen beauftragt, gecovert zu werden. Gut. Gut. Also, wie gesagt, nur eine Idee. Wie grundsätzlich hier Ideen. Also, wenn jemand andere Ideen hat, hat es heute vielleicht bessere andere Ideen. Ja, natürlich. Nein, aber das ist... Auf jeden Fall ist es eine... Vielleicht ist es... Ich weiß es nicht. Wir hatten ja heute bei Montag Ginkgo Bioworks. Das ist ja auch so ein Ding. Da fragst du dich ja auch, die Aktie fällt und fällt und fällt. Und die machen ein Deal mit einem Pharmaunternehmen nach dem nächsten. Und du fragst dich so, warum? Und das ist auch irgendwie so... Habe ich mir neulich wieder geholt. Ich auch. Ich habe die auch. Ich habe die schon länger, aber... Ich habe die immer wieder mal und wieder mal verkauft. Jetzt zuletzt auch so im August und jetzt wieder geholt. Ja, haben ein Deal mit Pfizer gemacht. Genau. Und mit Bayer, sie haben sie ja schon länger und so weiter. Mit Bayer länger schon. Schon auch von Kathy Wood präferiert, ja. Genau. Und die Frau Ettl war sogar mal selbst da und hat sich das mal angeguckt. Die war mal mit einer Bayer-Delegation da, und was ihr aufgefallen war, dass das Management noch nicht mal sich Zeit genommen hat, die Delegation persönlich zu begrüßen. Da habe ich so, hier sind die so toll am Arbeiten gewesen. Ja, ja. Das ist schon strange. Das ist ein bisschen die Abgröme halt eines. Es ist ja ganz schön. Hallo, wer kommt da? Ja, 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 ja. Es sind halt viele. Die Bayer-Leute hier, kein Geld mehr. Nein. Nein, da waren richtige Journalisten. Die haben eine richtige Journalistenreise gemacht. Ach, die sind nur die Journalisten? Genau, Bayer-Reise. Und die haben halt einfach so einen Partner halt vorgeführt. Und dann waren die da, haben sich das angeguckt, muss cool gewesen sein. Aber da haben sich wohl vor dem Management niemand die Zeit mal gesagt, oh ja, hallo, hier, schön, dass ihr da seid. Das machen ja viele von den Startups oder von kleineren Firmen, dass sie denken, Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir nicht. Aber gerade bei Ginkgo Bioworks, wo es ja auch darum geht, dass es regulatorisch etwas knifflige Angelegenheit ist. Ja, und vor allem bei komplexen Geschäftsmodellen sollte man schon auch ein bisschen erklären. Da sollte man den Leuten auch erklären. Aber ich habe mittlerweile kapiert, was sie machen. Ich habe jetzt wirklich verstanden, was sie wirklich tun. Sie versuchen halt so, die biosynthesische Strukturen so zu verändern, dass du, weiß ich nicht, diese Hefegeschichte, dass du mit weniger Energie rausholen kannst. Es ist wirklich schon, es ist wie Gentechnik, nur auf so biologischen Strukturen. Und das ist schon was, wo man so ein bisschen Frankenstein-Feelings bekommt. Aber wenn das gut funktioniert und wenn sie die Strukturen hinbekommen, ist es doch toll. So, stimmt. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde hier. Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu viel wieder reden. Dann komme ich mal schnell zum Mann. Noch 30 Minuten haben wir. Aber wir haben nur noch 30. Uff. Uff. Mist, uff. Jetzt wollte ich schon ein falsches Wort sagen. Das darf ich nicht so oft sagen. Hat uns die Kollegin gesagt. Dann komme ich mal schnell zu meinem Bullen der Woche. Es ist ein Konzept, was ganz häufig Menschen im Weg steht, dass sie das falsche Mindset im Kopf haben. Das falsche Money-Mindset. Und da gibt es jetzt von Finanztest ein neues Buch. Money-Mindset. Du hältst das mal hoch. Ich halte es mal in die Kamera. Aber wir sind hier gar nicht beim Fernsehen. Das heißt, mehr Geld mit einem positiven Money-Mindset zur finanziellen Freiheit. Also es sind alle Buzzwords drin, die man da haben kann. Und es ist auch so in Gelb. Es gibt so gelbe Seiten, wo man dann auch wirklich so ein Money-Mindset, so ein positiver das Money-Mindset kriegen soll. Und was man halt da sehr schön daraus lernen kann, das ist ja wirklich ein sehr grundlegendes Buch. Man wird auch selbst geguckt. Was bist du für ein Geldtyp? Und was für uns Geld ist? Das entscheidet sich im Kopf und so weiter. Da wird nochmal wirklich so ganz basal fängt man an, den Leuten zu sagen, okay, du bist da und da geprägt worden, Geld spielt für dich das und das und denk doch mal so statt so und so weiter. Und das ist einfach sehr schön aufgeschrieben und man kriegt einfach ein positives Verhältnis zum Geld, ohne jetzt dem Geld nur hinterher zu rennen und nur das zu wollen. Also es ist halt irgendwie nicht, viele haben ja gesagt, Geld ist was Böses, aber nee, Geld muss nichts Böses sein und es steht auch drin, du bist glücklicher fürs finanzielle Wohlbefinden, wenn du genug Geld hast, dass du anderen auch was abgeben kannst und so. Also es sind auch so kluge, kluge Sachen drin oder beispielsweise, klar ist jetzt nichts, keine Raketenwissenschaft, die Wahrscheinlichkeit einer Trennung mit dem Partner steigt um 70 Prozent, wenn du die Geldangelegenheiten nicht geklärt hast. Also einfach so einfache Lebenstipps, wie du mit dem richtigen Money-Mindset, auch mit Umgang mit Partner, Partnerinnen und so weiter umgehen kannst, wird gefragt, welcher Geldtyp du bist, das Geld wird neu reframen. Man lernt zum Beispiel auch, dass du ab einem Nettoeinkommen von 3.893 Euro reich bist. Bist du reich. Du gehörst zu den obersten sieben Prozent, weil in Deutschland gar nicht so, die Einkommensunterschiede gar nicht so groß sind. Ist ja eher beim Vermögen der Fall. Da kommen wir gleich bei unserer Wiederverhaltungsdiskussion drauf. Und du lernst halt auch, für Glück muss man gar nicht reich sein unbedingt. Man muss nur einfach in einer richtigen Peergroup mitschwimmen, muss die richtigen Gedanken haben. Also es gibt lauter viele kluge Ideen in diesem Buch. Und deswegen, wer jetzt schon einen Sparplan hat, wer schon damit klarkommt, der braucht sich nicht die 22,90 Euro auszugeben. Aber wer irgendwie noch so ein bisschen hadert mit der Idee, ja werde ich ja reich oder werde ich ja dies oder werde ich ja das, der kann das sich mal holen und versuchen so ein bisschen in der Rübe Klarheit zu bekommen, einen netteren, lässigeren Umgang mit dem Geld. Und deswegen, ja, wollte ich es mal vorstellen. Mein Bulle der Woche ist Money Mindset von Finanztest. Wie schon oft auch bei uns gepredigt, zuletzt in 2, 4, 4, die rate ich dir, unsere Grundsatzfolgen so. Genau, da ging es aber eher darum. Zum positiven Mindset, aber auch zur praktischen Umsetzung. Da ging es zur praktischen Umsetzung. Also wer jetzt. Aber hier ist es noch viel, viel theoretisch. Du fängst halt noch weiter von, einen Schritt weiter vorne an, weil du bist ja, klar, kannst du sagen, ich will sparen, wie mache ich das und sonst was, aber erst mal musst du ja irgendwie die Idee zum Geld kriegen. Ja, du musst ja erst in diese positive, bei Bodo Schäfer kam ja immer, der frühere Money Mindset Urvater, kam ja immer, der hat immer einen 500 DM Schein oder was es damals noch war in der Tasche, irgendwie so, einfach nur um ein positives Geldgefühl zu haben. Ich meine, das muss man jetzt vielleicht nicht machen, aber irgendwie so, auf jeden Fall, eben gerade wo in Deutschland doch das Geld so verprämt, verpönt ist, ja, brauchen wir einfach erstmal eine positive Einstellung und das finde ich auch ganz wichtig und von daher ist ja dann, auch für alle, die zuhören, die haben ja dieses positive Mindset, aber es ist ja auch eine super Geschenkidee, Weihnachten, Winter is coming, Weihnachten auch. Weniger als drei Monaten ist es schon so weit. Und dann steht man wieder da, also von daher, nachdem unser Einzimmermillionär hier, den wir besprochen haben, vor zwei Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gesprungen ist. Der Spiegel-Bestsellerliste? Der Spiegel-Bestsellerliste. Aber vielleicht noch eine Sache zum Money-Mindset, wir hatten ja auch schon mal, wir hatten ja auch schon mal einen Experten da, Thomas Matter bei Alles auf Aktion, das war ja auch so ein Geldcoach und der hat ja auch mit einer, mit so ein paar Sachen aufgehört, auch mit dem Cappuccino-Urtum aufgehört. Also keiner muss sich jetzt kastein, also wer Bock hat und daraus einen Lebenssinn zieht, jeden Morgen einen Cappuccino sich irgendwann beim Starbucks oder wo auch immer zu holen und dafür drei Euro ausgibt. Und wenn das einfach zum Lebensgefühl dazugehört, sollte man sich nicht dieses Lebensgefühl täglich beschneiden, nur um es irgendwie in den Sparplatz zu legen, sondern sollte gucken, wo man an anderer Stelle Maß hält und vielleicht da besser spart. Also auch dieses, so einfache Sparlösung, guck mal einfach durch, wo du was sparen kannst, ist, das ist es auch nicht unbedingt. Ja, aber es geht ja nur darum, Bewusstsein zu schaffen, dass man mit kleinen Beiträgen wirklich zu großen Zungen kommen kann, weil man immer denkt, ich schaffe es ja eh nicht und irgendwie so ein armer Wurst als armer Wurst geboren, ich bin auch als Bauernjung geboren und irgendwie hat man auch was zusammengekratzt und so, das geht schon und da musst du nicht unbedingt Einzimmermillionär mit 200 Wohnungen werden, aber man kann sich schon ein kleines Vermögen zusammensparen und zusammenarbeiten und muss halt einfach dann, eben, natürlich fängt es mit dem Einkommen an und mit dem Sparen geht es weiter und Aber nicht das Leben wegsparen. Nicht das Leben wegsparen. Ich bin auch überhaupt kein Freund von Frugalisten und so weiter, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie selber im Einzimmerloch leben und so irgendwie 2000 Euro auf die hohe Kante legen im Monat. Das kann es nicht sein, für was sparst du dann? Und irgendwie, also das ist, aber so 10, 20 Prozent finde ich schon vom Nettoeinkommen sollte man schon sparen. Unbedingt. Und, also eher 20 Prozent und das auch schon. Da kommt es drauf an, wie viel du jetzt hast. Das kommt es drauf an. Nein, aber es ist, wie gesagt, nicht so, und das kann man ja dann auch steigern mit, egal, muss jeder für sich selber rausfinden, aber so ein Buch kann auf jeden Fall da helfen, damit man, wie gesagt, dann in Richtung finanzielle Freiheit sich aufmachen kann. Genau, und die Wenn-Dann-Methode, die will ich einmal noch hier kurz darstellen. Die Wenn-Dann-Methode, wenn man vorher was anlegt und sich vorher schon klar macht, was passiert, wenn ich kaufe mir eine Aktie oder ich kaufe mir einen ETF oder was und ich sage mir vorher schon, wenn der Markt um 30 Prozent einbricht, bleibe ich locker. Und schreibe mir vielleicht, wenn ich eine Aktie kaufe, sage ich mir, okay, ich kaufe mir die Aktie, meine Idee, warum ich die Aktie aufkomme, ist X und die Aktie, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie mal 40 Prozent fällt oder 30 Prozent oder was auch immer. Dann schreibe ich mir das auf. Und wenn sie dann 40 Prozent fällt und die Idee immer noch aufgeht, weil das Unternehmen vielleicht immer noch die gleich guten Aussichten hat, aber gerade an der Börse abverkauft wird, dann hole ich meinen Zettel raus, gucke da drauf, sage, oh, da habe ich ja schon aufgeschrieben. Die kann 40 Prozent fallen. Tut sie gerade, locker bleiben, weitermachen. Und genau solche einfachen Tipps oder so einfache Ideen kann man aber mitnehmen, wenn man Sachen kauft und dann nicht in Panik verfällt, weil man sich nicht damit vorher beschäftigt hat, sondern man beschäftigt sich vorher und sagt, ich habe das Geld angelegt, weil ich sage, auch langfristige Altersvorsorge, da kann ich mir auch mal vorstellen, dass ein MSCI World 50 Prozent fällt, aber ich brauche das Geld nicht morgen, nicht übermorgen, nicht irgendwann. Und dann schreibe ich mir das auf, der Markt fällt vielleicht die 30 Prozent oder so und dann bleibe ich da locker und sage, habe ich doch überlegt, jetzt komme ich sogar günstiger rein und so weiter. Und das, wenn man vorher sich nochmal auch die Risiken, die man mit einer bestimmten Geldanlage eingeht, vorher nochmal klar macht, aufschreibt und dann rausholt und guckt, dann ist es gut. Sehr gut, sehr gut. Und vor allem beim ETF ist es wichtig. Bei Einzelaktien kann man schon auch mal die Reißleine ziehen, weil da in der Tat gibt es da oft und da kann man auch mal einen Stop-Loss-Kurs setzen und weil sonst hat man sein Depot-Leichen ihr ganzes Leben mit sich vom Schleppen. Ja, wenn die Idee, wenn ich aufgehe, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Ginkgo Bioworks, weil ich denke, jetzt muss irgendwann mal hier der Durchbruch kommen, die sind jetzt nach elf Jahren immer noch nicht profitabel, verbrennen hier noch irgendwie 300 Millionen und ich denke mir so, nach elf Jahren kann man auch mal eine Million Gewinn machen und die schaffen das im nächsten Jahr nicht und im übernächsten Jahr nicht und ich denke mir so, irgendwann ist die Kohle alle, dann kann man auch verkaufen, klar, keine Frage. Aber wenn ich jetzt mal eine Microsoft habe oder wenn ich mir überlege, dass ich habe eine Aktie, wo ich denke, die hat gute Aussichten und das ist jetzt keine Wettaktie, sondern das ist eine solide Aktie, muss ich auch nicht gleich, wenn sie 20 Prozent fällt, irgendwie da rausreißen. Genau, das kommt immer drauf an, genau. So, dann kommen wir zu unserem Thema. Wie gesagt, morgen der große Tag der Deutschen Einheit. Dienstag. 33 Jahre. Morgen am Dienstag, genau. Heute nehmen wir am Montag auf, um es nochmal zu sagen und wir strahlen ja auch am Montag schon aus, ne? So ist es. Einen Tag früher und alle, die am Dienstag, am Dutz-Dienstag erst hören, für die ist halt dann schon der Tag der Deutschen Einheit. Immer wieder gerne hier ein Thema bei uns und ich würde jetzt mal drauf raus, dass es eigentlich ja gerade ganz gut läuft für Ostdeutschland und dass ich mir deswegen die Unzufriedenheit in Ostdeutschland... Mehr Dankbarkeit. Mehr Dankbarkeit, habe ich letztes Jahr gesagt. Nein, es hat auch was mit Mindset zu tun. Es geht auch um Dankbarkeit, um ein Mindset auszubilden. Also Mindset für das, was man selber erfahren hat und Undankbarkeit ist auch selten ein guter Charakterzug. Aber es geht jetzt nicht, wie gesagt, erstmal fangen wir mal an, weil in diesem Jahr, man muss ehrlich sagen, es läuft ja eigentlich gar nicht so schlecht momentan für Ostdeutschland in dieser Krise, zumindest was die Konjunkturdaten anbelangt, denn zum Beispiel rechnet das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, dass bis zum Jahresende in diesem Jahr das ostdeutsche BIP um 0,5 Prozent zulegen wird und in Westdeutschland dagegen wir ein Minus von 0,6 Prozent beim BIP sehen werden. Und darauf dauten eben die Zahlen vom ersten Halbjahr schon hin. Die gab es ja kürzlich und da gab es ja große Überraschungen. Vor allem Brandenburg ist ja der absolute Shootingstar mit einem Plus von 6 Prozent. Und jetzt sind wir wieder bei Elon Musk. Ist natürlich vor allem geschuldet und zu verdanken dem neuen Tesla-Werk, das die Produktion hochgefahren hat in diesem Jahr und hier einen sehr starken Effekt hat. Muss man sagen. Aber ich meine, es ist ja eben auch da und es ist ja real und es zieht Zulieferer an und zieht wahnsinnig viel an bis hin zu Einzimmerbuden, die vermietet werden und dergleichen. Also es hat eine enorme Anziehungskraft und einen Schub für die Region hier in Brandenburg. Und ja, also wie gesagt, Brandenburg ist der Shootingstar. Es gibt auch andere. Sachsen-Anhalt gab es im ersten Halbjahr Minus von 3,2 Prozent, weil da auch viel Chemieindustrie angelagert ist und zu Hause ist. Aber auf der anderen Seite wird ja Sachsen-Anhalt demnächst auch großzügig bedacht, muss man sagen. Magdeburg ist ja ein Standort für eine neue Chipfabrik von Intel und da wird es natürlich dann auch wirklich große Effekte geben. und neben Magdeburg, wo ja dann für zwei Chipfabriken von Intel Investitionen von 20 Milliarden glaube ich insgesamt geplant sind. Ne, sogar 30 Milliarden hier. Genau, 10 kommen vom Staat. Genau, 10 kommen vom Staat. Von uns Steuerzahler nach Ostdeutschland. Muss man halt auch immer wieder nochmal dazu sagen. Sachsen-Anhalt-Hiener, hört mal. Ja, ein bisschen Dankbarkeit. Hallo. 30 Milliarden insgesamt werden für zwei Chipfabriken von Intel investiert. Produktionsstart soll 2025 sein und dann soll es da 3000 Arbeitsplätze geben. Das sind natürlich extrem hoch, also bezuschusste Arbeitsplätze, das wissen wir. Aber es geht ja auch um die Infrastruktur, es geht um die Clusterbildung. Und offenbar waren es ja nicht nur die Zuschüsse, weil die auch in anderen europäischen Ländern und auch in Amerika werden über Subventionen bezahlt. Das ist jetzt, haben wir ja auch schon diskutiert, habe ich auch schon mal einen Bären dafür vergeben, so hohen Subventionswettlauf zu haben. Aber es ist ja offenbar eine Praxis, dass es hier eben einen großen Wettbewerb gibt. Und sicherlich hat für den Zuschlag nicht nur das Geld, sondern eben auch das Cluster, was wir in Ostdeutschland in der Chipindustrie mittlerweile haben, eine Rolle gespielt. Und Dresden wird ja, auch da ist ja das Silicon Saxony, ein schon ein gängiger Begriff, auch eine neue Chipfabrik von TSMC mit Partnern von Infineon zum Beispiel bekommen. Dafür werden 10 Milliarden investiert und da gibt es glaube ich auch so 5 Milliarden Zuschuss vom Bund. Also überall wird großzügig gefördert und wie gesagt, ich finde, das kann man schon auch mal anerkennen. Dann gibt es auch anderen Orts, gibt es andere Fabrikansiedlungen. In Thüringen zum Beispiel hat man es geschafft, den chinesischen Batteriehersteller Kattel zu holen. Eine Investition von 2 Milliarden Euro ohne Milliardenförderung vom Bund übrigens. Hat sich neulich auch der Wirtschaftsminister Tiefensee gesagt, dass er mit 290 Unternehmen über eine Ansiedlung im Freistaat spricht. 120 ausländische Investitorenprojekte aus den USA, Kanada oder China sind da momentan im Gespräch. Also überall tut sich sehr, sehr viel. Und ja, dann, wenn man sich die politischen Ergebnisse anschaut, hat die AfD in Brandenburg 32 Prozent. Und man fragt sich, wie kommt sowas zustande beim Wirtschaftswachstum von 6 Prozent. Also ich finde, die Unzufriedenheit ist hier irgendwie sozusagen nicht analog zur wirtschaftlichen Entwicklung rechtfertigbar. Zumal ja auch viele Sozialleistungen erhöht worden sind. Der Mindestlohn wurde erhöht, Bürgergeld wurde erhöht, Rentenangleichungen Ost und West gab es. Also es wird wahnsinnig viel getan und trotzdem ist die Unzufriedenheit enorm groß. Gerade in Ostdeutschland und das zeigt jetzt auch wieder eine neue Umfrage nochmal von Forza für RTL-NTV. Insgesamt ist die Zuversicht nicht groß momentan. Fast zwei Drittel aller Deutschen sehen Deutschland auf einem schlechten Weg. Aber besonders groß ist die Unzufriedenheit eben in Ostdeutschland. Da sind 70 Prozent mit der Situation, mit der allgemeinen Situation unzufrieden. In ganz Deutschland sind es nur 64 Prozent. Und besonders groß ist die Unzufriedenheit bei den Anhängern der AfD mit 84 Prozent. Noch stärker ist es bei der FDP. 85 Prozent der FDP-Anhänger sind unzufrieden. So, ja, soviel meine Vorrede. Und wie gesagt, für mich passt einfach das, was im Osten basiert, auch an Wirtschaft der Dynamik und die Unzufriedenheit und die Frustration, die sie in Wahlergebnissen für Rechtspopulisten ausdrückt, einfach nicht zusammen. Und ich finde, da wäre auch ein Realitätscheck mal angebracht. Und das große Risiko für Ostdeutschland, das ist dann schon eher hausgemacht. Das ist nämlich das politische Risiko. Da haben zuletzt übrigens auch die führenden Forschungsinstitute darauf hingewiesen, letzte Woche in ihrem Gutachten, dass sie immer mehr politische Risiken sehen. Von der linken wie von der rechten Seite. Von der rechten Seite natürlich die Migrationsfeindlichkeit, weil man eben gerade im Ostdeutschland, wo man immer mehr Bevölkerung verliert und die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter abnimmt und man dringend eben auch auf Arbeitsmigration angewiesen ist. Und wenn man da ein extrem fremdenfeindliches Verhältnis hat und ein Klima hat, dann ist es natürlich nicht zuträglich, dass Menschen dorthin kommen und dort einen Job finden wollen und sozusagen das Demografieproblem helfen zu lösen. So, dann komme ich hier mit meiner Gegenrede. Was ja auffällt, dass 2023 zum ersten Mal seit 2019, es gibt so Umfragen von Forsa regelmäßig und da wird halt einfach gefragt, die Deutschen in Ost und West sind weitgehend zu einem Volk zusammengewachsen. Ja, nein. Und zum ersten Mal seit, es ging immer bis 2019 ging es zurück. Da waren, da war dann 51 Prozent, sagten, ja, wir sind weiter zusammengewachsen. 2003 waren es das 31, ging es so langsam nach oben. Und das ist jetzt 2023, sagen auf einmal 60 Prozent, dass das Trende überwiegt. Und im Osten sind es 75 Prozent, die sagen, das Trende überwiegt. Und nur noch 21 Prozent sagen, wir sind zu einem Volk zusammengewachsen. Und im Westen sind es halt 57 Prozent, die sagen, das Trende überwiegt. Und nur 40 immerhin, die sagen, sind zusammengewachsen. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das, wie kommt es dazu? Eine Sache ist natürlich klar, in wirtschaftlich schwächeren Zeiten fängt der Druck natürlich an und man ist unzufrieden, also per se. Und dann sucht man natürlich immer Bösewichte oder so sieht irgendwelche Sachen, die man findet. Das ist ja, würde ich sagen, ein Grund dafür, einfach eine wirtschaftliche Schwäche. Aber was ich glaube auch, was ich auch glaube, ist, dass wenn die Menschen sich in ganz Deutschland nicht von der Regierung gesehen werden, da gibt es ja auch tausende Umfragen, die sagen, ja, die Politik sieht die Bevölkerung nicht mehr, regiert an der Bevölkerung vorbei, dann glaube ich, ist es im Osten nochmal viel stärker. Und gerade diese ganze Diskussion mit, ihr müsst jetzt eure Hütte renovieren, ihr müsst jetzt irgendwie da noch eine Werbepumpe einbauen. Also diese ganze Diskussion um die Hütten, glaube ich, haben im Osten viel stärker. Jetzt muss man sagen, im Osten haben gar nicht so viele Leute überhaupt die eigene Hütte, da ist die Eigentumsquote nur bei 42 Prozent. Das ist auch ein Grund, den ich dann später noch anführen will. Also 42 Prozent haben überhaupt nur eine eigene Hütte. Aber die haben halt sich überlegt, ich musste meine Hütte schon in den vergangenen Jahren einmal renovieren, das hat mich so und so viel gekostet. Und jetzt kommt die Regierung und sagt mir, ey, ich muss das wieder machen und das kostet mich und ich werde hier nochmal in Anführungsstrichen enteignet. Es geht völlig an meinen finanziellen Fähigkeiten vorbei. Und ich glaube, das finden halt Ostdeutsche noch existenzbedrohender, weil sie sich auch diese Politik, die dir irgendwas vorschreibt, was du machen musst, einfach schlicht auch nicht leisten können. Andere können das. Im Westen sind die Leute vermögender und im Osten sind die Leute halt weniger vermögend und dann hast du das halt. Und was auch noch ein Grund ist, glaube ich, was immer wieder nach oben kommt, ist ja auch die Unterrepräsentation der Ostdeutschen, wenn man in Elitenfunktionen, wenn man guckt, da gab es ja den letzten Elitenreport und das Einzige, wo die Ostdeutschen gemäß ihrem Anteil in Deutschland ordentlich repräsentiert werden, ist die Politik mit 20,9 Prozent, Verwaltung noch mit 14 Prozent, das hat auch noch ein bisschen, also der Ostdeutsche ist in der Politik und in der Verwaltung, auch wenn ich schon gucke, beispielsweise bei Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbänden, 13 Prozent Ostdeutsche nur in der Spitze, in der Wissenschaft nur 8,2 Prozent, in den Medien nur 8,1 Prozent der Ostdeutschen in führenden Positionen, in Wirtschaft, Arbeitgeberverbände nur 4,3 Prozent, in Justiz 2,1 Militär 0, dann sieht man halt, dass die Ostdeutschen auch dann das Gefühl haben, wir sind auch gar nicht in diesen führenden, lenkenden Positionen vertreten und deswegen löst das natürlich bei vielen Misslaune aus oder denken halt, wir werden hier nicht gehört, über uns wird einfach nur entschieden und so weiter, das ist ein Problem. Und dann ist natürlich das Problem nach wie vor, was das Einkommen anbetrifft oder was die Vermögenssituation anbetrifft. Eine Sache hatte ich ja schon angesprochen, da geht es um Eigentumsquote, die ist in Deutschland ja insgesamt nicht so hoch, 50 Prozent, aber in Ostdeutschein mit 42 noch mal niedriger. Das liegt halt daran, dass nach der Wiedervereinigung die viele Wohnungsbaugenossenschaften auf den hohen Schulden saßen und dann gab es dieses Entschuldungsprogramm und dann hieß es, wenn du 10 bis 15 Prozent deines Bestands privatisierst, dann kriegst du halt die Entschuldung und dann war die Idee der Politik, ja, das wird dann an die Mieter verkauft und fertig ist es. Aber was natürlich passiert ist, du hast die teilweise halt en bloc an große Unternehmen weitergegeben oder an große Investoren weitergegeben und dann gab es noch die Sonderabschreibung, die AFA im Osten, wo man auch versucht hat, das ganze System anzukurbeln, aber nur der kann Abschreibungen auch wirklich nutzend und geltend machen, der auch wirklich was zum Abschreiben hat und das waren auch nicht die Ostdeutschen. Insofern sind halt viele der ostdeutschen Wohnungen im Besitz des Westdeutschen. Wenn ich in Leipzig bin, dann haben halt viele Leute, da geht halt das meiste der Kohle nach München und nicht in Ostdeutschland und das ist natürlich ein großes Problem. Und wenn man jetzt mal einfach guckt, wie die Vermögenssituation in Ostdeutschland aussieht, dann müsste ich mal hier schauen, die Bundesbank hat alle paar Jahre machen, die einen Bericht, wo sie mal schauen, wie die Vermögenssituation ist. Und dann sieht man halt, wenn man mal schaut, Brutto- und Nettovermögen. In Ostdeutschland hat der durchschnittliche Haushalt, also wenn du alle Haushalte nimmst, ist der Mittelwert bei 346.500. Der Mittelwert in Deutschland, der ist natürlich verzerrt, weil es natürlich einige gibt, die ganz, 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 ganz viel haben. Deswegen guckt man da besser den Median an und der ist in Deutschland bei 121.900. Und wenn ich dann mal gucke, was der Ostdeutsche hat, dann ist der Mittelwert 170.000, das ist die Hälfte vom durchschnittlichen Mittelwert. Und der Median ist sogar mit 50.000 fast, nicht ganz ein Drittel, aber auch nicht so hoch. Und dann sieht man halt, dass die Ostdeutschen auch einfach wesentlich weniger finanzielle Mittel und finanzielle Möglichkeiten haben. Und dass das natürlich auch dazu führt, wenn du dann jemandem kommst und sagst, du musst noch investieren, du musst noch das, das wird teurer, das wird, dann hast du gar nicht die Möglichkeiten. Und dann wirst du noch, dann wirst du anders darauf reagieren, als wenn du sagst, na gut, da muss ich halt noch ein paar von meinen Spargroschen losmachen oder kann ich mir schon irgendwie leisten, kommen wir schon irgendwie hin, kriegen wir hin. Und ich würde vermuten, dass es hat mit der Politik der Grünen zu tun, die im Osten besonders misslich ankommt, weil die muss man sich halt leisten können und viele im Osten können das nicht. Und deswegen ist halt die Unzufriedenheit gekommen und deswegen haben wir halt diesen misslichen Zustand jetzt. Und ich würde es nicht Undankbarkeit nennen, sondern ich würde es einfach nennen, es ist eine andere Lebenssituation, eine andere Lebensmodelle und deswegen kann ich es nachvollziehen und würde es nicht undank nennen. Ja, wie gesagt, es ist wahnsinnig viel Geld von Westdeutschland drüber geflossen, auch über den Solidaritätsausgleich und dergleichen. Also da hat man wirklich über Jahrzehnte viel gezahlt und viele zahlen immer noch Soli. Hat aber damit nichts mehr zu tun. Haben auch die Aussagen im Übrigen gezahlt. Es fließt allgemein rein in den Haushalt, wie gesagt. Genau. Und bei diesen ganzen Wohnungsrenovierungen, die du ansprichst über Sonder-AFA, da haben auch wirklich viele massiv Verluste gemacht. Gibt es auch, klar. Also das war natürlich so ein Boom, wo alle sich draufgestürzt haben und gesagt haben, ich muss unbedingt eine Wohnung im Osten. Und da ging es ja vor allem um Sanierungen. Ja, weil sonst wäre, wie hättest du den Wohnungsbestand dann saniert, wenn du die Wohnungen an die eigenen Leute verschenkt hättest oder was auch immer. Da wäre ja dann auch kein Mittel da gewesen. Die anderen osteuropäischen Länder haben das besser hingekriegt. Aber ich finde auch, das war auf jeden Fall eine bessere Lösung, was man in Rumänien teilweise gemacht hat. Da hatten wir eine wahnsinnige Eigentumsquote, dass man irgendwie das an die eigene Bevölkerung besser hätte verteilen, verschenken sollen. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich leichter, auch in einem Land es zu machen. Sonst sagt natürlich der Wessi, hallo, ich will auch eine Hüte geschenkt. Aber ja, vieles ist klar. Das ist bestimmt auch nicht gut gelaufen. Aber es war einfach ein historisch einmaliger Prozess. Und gerade in so einem geteilten Land. Aber ich finde halt immer noch, dass dieses Trauma der Ostdeutschen, wir kommen aus einem Unrechtsstaat und der Staat will uns immer nur Böses. Also das ist schon wirklich ein übertriebenes Trauma. Durch den Jammerlappenvorwurf. Komm, den hat Helmut Schmid schon gebracht. 2003 hat er schon gesagt, diese Jammerlappen sollen mal aufhören. Naja, aber es geht ja immer noch so weiter. Und ich meine, es wird ja immer besser. Und ich meine, ganz ehrlich, die Brandenburger Regierung ist jetzt, okay, sie sind auch nicht meine Partei, aber ich meine, die haben wirklich sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben. Wir haben auch diesen ganzen Kampf mit Tesla irgendwie in wirklich nicht Deutschland-Tempo, sondern Brandenburg-Tempo dieses Werk aus dem Boden gestampft und gemacht und getan und bemühen sich ständig um Verbesserung. Und dann wirst du mit 32 Prozent AfD abgestraft, abgewatscht und ich weiß nicht, wo die SPD da ist, unter Werner liefen. Ja, also das ist, ich finde, das ist einfach nicht fair. Ja, also dann brauchen wir uns wirklich auch nicht mehr beklagen, wenn nichts vorangeht in Deutschland. Man muss, wenn es auch nicht belohnt wird und wenn immer nur frustriert geguckt wird, es ist aber immer noch schlecht und man muss auch mal diese ganzen Fortschritte sehen und wie es jedes Jahr einfach besser wird. Natürlich haben wir eine allgemeine Krise und sind die ganz fetten Jahre in Deutschland vorbei, aber in Anbetracht dessen, finde ich, wird in Ostdeutschland sehr, sehr viel investiert. Was sollen dann die Leute in der Wies sagen, wo es wirklich im Bach runter geht oder weil die ganze Kohle nach Ostdeutschland fließt, da könnte nochmal Frustration sein. Die ist doch vorhanden, würde ich denken. Sicherlich auch vorhanden in Bochum oder was auch immer. Aber ich finde, ein bisschen mehr Dank und Optimismus wäre angebracht und nicht unterwürfiger Dank, aber einfach so Danke, Dank ans Schicksal zu sagen und dass man in einem neuen System lebt, dass man irgendwie neue Möglichkeiten hat, all die positiven Entwicklungen der Demokratie. Ja, dann will man sich wieder den Putin an die Seite werfen und ranwerfen. Diese ganze Russland-Affinität der AfD und von Wagenknecht und Konsorten und Linkspartei. Also nicht nachvollziehbar für mich, wenn man dann aus so einem totalitären Staat kommt und irgendwie... Ich finde, wir fanden gar nicht alle den totalitären Staat so schlecht. Also ich glaube, das ist ein Problem, dass die Leute im Osten nicht gelernt haben, Selbstständigkeit, Freiheit zu haben. Und ich finde, Freiheit und Selbstständigkeit ist immer... Freiheit zu erkämpfen, ist einfacher, als dann die Freiheit auch selbst zu nutzen, weil da ist man auch für sich selbst verantwortlich. Ich glaube, das ist ein schwieriges Sache. Und wenn es dann halt wirtschaftlich schwächer wird und wenn du dann auf einmal mit fetter Inflation konfrontiert wirst, was du so bisher noch nicht kanntest, weil die Preise bisher immer administriert waren, dann ist dir halt das Hemd näher als die Hose. Und das ist ja... Du siehst ja jetzt beispielsweise in der Slowakei, die haben auf einmal wieder diese Russland-Freunde gewählt. Da denkst du auch so, ey, was? Ja, ganz schrecklich. Aber das ist halt offenbar ein Ausblock-Phänomen insgesamt. Wie gesagt, Orban ist voranmarschiert und ja, okay. Dann will man wieder zurück in den Warschauer Pakt. Nein, 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 das will der Ostdeutsche auch nicht. Aber der Ostdeutsche ist auch nie richtig auf. Der hieß immer, ihr könnt euch uns anschließen. Aber es gab ja viele gute Sachen im Osten. Da will ich gar nicht anfangen. Aber ob es jetzt um Kindertagesstätten oder irgendwelche anderen Modelle auch ging. Oder wie Frauen... Klar, Frauen sind ja nicht in den Arbeitsprozess gekommen. Aber das ist ja geblieben. Aber das ist ja geblieben. Nee, ist auch nicht geblieben. Die Frauen-Gleichstellung ist ja stärker im Osten. Die Kinderbetreuung ist auch besser im Osten als im Westen. Ja, man hat aber viele Sachen platt gemacht, was Kinderbetreuung anbetraf und so weiter. Also man hätte mehr das als gemeinsamen Aufbruch machen können und gemeinsam auch irgendwie gucken, dass die ihre eigene Scholle besitzen, dass die ihre eigene... Dann bist du auch, wenn du deine eigene Wohnung besitzt, dann bist du ein ganz anderer Staatsbürger. Dann bist du viel mehr mit dem System auch verwurzelt und so weiter. Ich glaube schon, da hat man bei der Wiederverleihung vieles falsch gemacht. Und das heilt halt bis heute nach. Und dann denkst du halt, jetzt kommen die schon wieder und wollen mir was überstülpen. Schon wieder. Und ich glaube, das ist eins der... Jetzt ist die Energie schon teurer geworden. Immer der kleine Mann ist der Dumme. Und dann kommt jemand mit einfachen Parolen und dann denkst du vielleicht, oh, ja. Insofern, ich habe jetzt auch keine Lösung, wie wir es einfacher hinbekämen. Aber wenn man einfach langfristig dieser Unterschied der Einkommensverhältnisse, die so wirklich massiv sind, das bringt halt, wenn das so ist und wenn du dann nicht in irgendeiner Form eine Angleichung hinbekommst, dann... Die Schere geht ja immer weiter auseinander. Wenn du einmal Eigentum hast und wenn du einmal Inflation hast, dann ist derjenige, der das nicht hat, ist der Idiot am Ende. Und gerade was die Inflation anbetrifft, da wird der Ostdeutsche im Zweifelsfall eher der Verlierer sein, während der Westdeutsche seine Schäfchen im Trocknen hat und die Immobilien hat oder Aktien gekauft oder sonst was, was der Ostdeutsche nicht konnte. Insofern, weiß ich, keine Ahnung, wie man das Problem löst. Wir haben ja schon mal auch mal eine gerechtere Erbschaftssteuer angesprochen. Das ist eine schwierige Diskussion. Aber, ja. Problemlösungen vertagen wir. Und feiern jetzt. Feiern. Deutsche Einheit. Dass wir uns gefunden haben. Dass wir uns gefunden haben, genau. Und ich sehe auch die Chancen für mich. Für mich kam die Wende gerade rechtzeitig. Insofern, ich möchte auch beide, ich finde es auch super, beide Systeme gelebt zu haben und zu wissen, was Freiheit wert ist. Und du bist ja auch einer, der weggegangen ist. Ich meine, das ist ja auch das Problem, dass viele weggehen und viele, die ein positives Mindset haben, haben den Osten verlassen und haben ihr Glück im Westen gesucht, in ganz frühen Jahren. Er lag auch daran, dass ich einfach im Osten kein Abitur machen durfte. Ja, bei dir war es ein Sonderfall, aber es war ja trotzdem nach der Wende und so weiter. Und es gehen ja immer noch eben Leute. Das ist ja ein Problem, ist ja jetzt das demografische Problem. Deswegen sage ich, ihr braucht auch ein positives Mindset. Wäre ganz, ganz wichtig, damit auch die Leute da bleiben. Auch die Leute, die Macher sind. Leipzig ist schon geil. Das ist ein Macher, das ist eine Macherstadt. Ja, das ist doch klar, Leipzig. Und ich finde es ja auch super, dass die Zentren da aufgebaut werden und dass es Leipzig und Heipzig gibt und in Dresden da was getan wird und so weiter und so fort. Aber da muss man das ja auch mal annehmen und anerkennen und auch positiv annehmen. Und irgendwie würde ich auch gerne mal ein bisschen eben ein positives Mindset da hören. Und was heißt Dank, ist jetzt ein großes Wort. Es geht ja nicht darum, dass ich hier danke für deinen Soli, den du uns immer überweist, sondern es geht einfach so um eine Grunddankbarkeit. Eine Grunddankbarkeit. Dem Leben, dem Schicksal gegenüber der Politik, dem System, der Demokratie, die nicht leicht ist. Es ist immer leichter, wenn einer per Order dem Mufti da oben irgendwas ansagen kann. Und dann geht es halt allen gleich schlecht. Und da gibt es halt keine Inflation, natürlich nicht. Es gibt halt auch nichts zu knabbern. Also ich meine, kann man all diese Zeiten vergessen und dass es keine Bananen gab und keinen Scheiß, musstest du dich anstellen. Du hast ja schon oft hier die Beispiele gebracht. Aber der Nachbar hatte auch nicht das teurere Auto. Du musstest dich nicht messen mit dem Reicheren. Und wenn alle ärmer sind, fühlst du dich auch wohler dabei, wenn du arm bist. Da brauchen wir das andere Mindset. Da brauchen wir jetzt ein Geld-Mindset. Ja, also das ist mal ein bisschen das Geld-Mindset hier in Osten. Und natürlich, wir wollen hier nicht verallgemeinern und so weiter. Aber wie gesagt, insgesamt gibt es in vielen Regionen da und gerade in ländlicheren Regionen gehen die Leute weg. Und das ist halt dann natürlich nochmal kontraproduktiv. Und man sollte eben positiver, offener sein, auch neuen gegenüber und was voranbringen. Und es gibt ja auch viele, klar, Macher auch aus Ostdeutschland, die positive Geschichten geschrieben haben. Und wir wollen aber auch keine Osteilgie. Das ist auch wichtig. Es gibt ja dieses Buch von Katja Heuer und die schreibt dann als ein positives Ding, 1967 stammten 33 Prozent der Hochschulabsolventen in Ostdeutschland aus der Arbeiterklasse. Freunde, wenn ihr wisst, wie das damals im Osten gewesen ist, dann durfte ich nicht Abitur machen, weil ich halt nicht ein Kind der Arbeiterklasse war, weil ich keine Jugendweihe gemacht hatte. Und dann hast du halt einfach, wenn das das Kriterium ist, warum dann so viele aus der Arbeiterklasse studieren durften und einfach nur die politisch Willfährigen ein Abitur machen konnten und studieren durften, wenn das das Modell sein soll, liebe Frau Heuer. Also die hat das in ihrem Buch als nachahmenswertes Ding gemacht für soziale Mobilität und Durchlässigkeit nie. Da war die soziale Mobilität einfach nur, weil bestimmte Menschen, die halt bestimmte politische Ideen hatten, sind dann halt begünstigt worden. Und das ist aber auch nicht das Modell, was jetzt unbedingt doll ist. Das wollte ich nur noch kurz sagen, weil viele kommen und sagen, war nicht alles schlecht da, aber das war es jetzt nicht. Das war mir jetzt nochmal wichtig, auch mal so eine Ostalgie. Es gibt ja dieses, weiß ich nicht, Heuerbuch, ich glaube Beyond the Wall oder so heißt es im Englischen, gibt es auch auf Deutsch. Ja, gut. Ja, das war unsere kleine Sicht der Dinge, würde ich mal sagen. Und da wird viel gesprochen werden an diesem Tag der Einheit. Und ja. Ja, diskutiert einfach mal drüber. Ja. Ich meine, auch in den Familien oder sonstigen, da kann ja mal drüber diskutieren. Und schreibt dem Defner Wirtschaftspodcast at Weltid lang, danke Dietmar. Also jeder Ostdeutsche, der hier zuhört, danke Dietmar. So, das will ich nochmal hier haben. Und wer bei Spotify hört, muss natürlich unbedingt die Frage beantworten, wie er jetzt Defner und Chapits hören will, ob Freitags, ob Samstags, ob Freitag, ob Dienstag, ob lang, kurz, irgendwas auch immer. So, jetzt haben wir doch keine Wette zu Ostdeutschland natürlich nicht. Dann machen wir doch, lass uns die 5% Rendite bis zum Jahresende, dass wir bei den Amerikanern auch mal wieder eine Wette haben. Das ist ja auch. So, es ist 5% ist noch lange hin. Genau, bis zum Ende Dezember. Nicht schaffen, sage ich, bei den 10-jährigen Staatsrenditen in Amerika. So, dann haben wir nicht ganz die 75%, die 75%. Wir haben uns da bemüht. Nee, wir waren nicht so schlecht. Wir sind nicht so schlecht. Wir haben uns angenähert. Wir haben uns angenähert. Wir haben immerhin keine 90 Minuten. Also wir arbeiten uns. Und sagen jetzt aber, und nicht vergessen, 17.45 Uhr mit der Familie hinter der Glotze versammeln, Freitag bei Welt TV. Oder überall, wo es Fernseher gibt. Genau. Nein, bei Welt TV. Welt TV, nee. Bei Welt TV, nur da. Nur da, ja. Aber nicht im Wohnzimmer oder im Fernsehgeschäft ihrer. Nein. Nein. Also, das war's für diese Woche. Wir sagen Tschüss. Und Tschau. Bleiben, Bulle. Und Bär. Deffner. Und Zschäpitz.